Wenn ihr wisst, was ich hier gerade unterschrieben habe, meine nächsten vier Jahre auf Stöckchen. Ich freue mich riesig, tue hoffentlich auch an, Marco. Selbstverständlich, wir freuen uns mega auf die nächsten vier Jahre und werdet alles daran setzen, dass du wie bei Sanhin das beste Material und die beste Unterstützung hast. Herzlichen Dank. Mache ich mir keine Sorgen. Danke. Danke, Marco.